Und damit darf ich sagen, Hallöchen und damit herzlich Willkommen zurück hier bei Let's Play New Super Mario Bros. Punkt heute im Tower von Welt 8. Es wird langsam brenzlig. Wir sind in der letzten Welt, die man in diesem Spiel hier erreichen kann. Ist das nicht etwas, Freunde? Ja? Und was das ist, das werden wir wohl heute herausfinden müssen. Ob wir das wollen, ist die eine Frage, aber wir müssen es. Und wir müssen hier auch alle drei Star Coins sammeln und falls es einen gibt, den Secret Exit mitnehmen. Ich weiß nicht, wie kompliziert das werden wird, aber ich sehe schon mal Stacheln. Und ich mag keine Stacheln. So, hier haben wir auf jeden Fall einen weiteren Block. Ich glaube, ist das die schwere Route? Ich traue mich gerade nicht, weil vielleicht kann es ja auch der anderen eine Star Coins geben oder so. Tatsächlich nein. Okay. Interessant. Dann müssen wir jetzt einfach mal straight up darüber. Let's go. So. Bam. Rauf da. Ach hey, glaubt ihr, ist da ein krasses Item drinnen? Ja, eine Feuerblume. Oh, die können wir aber nicht einsammeln, da wir noch den Maxi-Pilz haben. Ah, ich sehe, was hier das Prinzip ist. Wir müssen uns hier so durchschieben lassen. Okay, aber Fairpoint, das ist, das ist cool. Ich traue dem hier nicht. Okay, ich muss ihm trauen. Ach hey, was ist denn das schon wieder? Das gefällt mir nicht. Okay, da. Da oben. Sprich, wir müssen hier hinter den Stachis... Sind das Stachis? Was sind diese Viecher? Und warum sind die hier? Ähm. So, wir lassen die hier raufklettern. Ja, sehr gut, sehr gut. Rauf da. Rauf. Nicht zerquetschen lassen, Marius. Und der Block fliegt auch noch weg. Ach hey, hier sind wir an, Lucky. So. Also, den Maxi-Pilz will ich jetzt logischerweise nicht in Benutzung ziehen. So. Hier müssen wir aber rauf. Rauf da. Boah, das war gerade Lucky. So. Dann hier. Bam. Einmal. Ja, okay, das war ein B-S-Fremd-G-Zeug, Luke. Okay, dann hier. Das war ganz und gar nicht schlau. Das ist... Okay, ich sehe schon, wir hätten uns glücklich schätzen sollen vorher. Das ist ja hart, Alter, das ist hart. Hier rauf. Bam. Hier hin. Aktivieren wir einfach mal. Gibt's eh nix. So, dann hier hin, hier rauf. Hier her. Bam. Hier her. Hier her. Ja, sehr gut. Hier zum Knochen trotten. Ja. Das läuft, Freunde, das läuft. Der Hase läuft, wie Apparat sagen würde. Der einzig wahre Hase, ja. Meine Stimme, oh Gott. Ach herrje, Marius. Bitte nimm diesen Pilz und dann straight up weg. Ja, Pilz ist für uns jetzt mal wichtig, dass wir groß sind, weil... ... es wird schon nicht schaden, ja. Nein. Warum? Nun gut, jetzt müssen wir hier halt durchspinnen und bitte... Geh weg, geh weg. Danke, ich will nur... Ich will nur die Stuckern und Tschüss. Ach herrje, Freunde. Und ich sehe, es gibt auch keinen Check... Oh, doch. Da gibt's ja so ein Sprichwort hier. Alter, Nintendo, mein altes Herz, das macht das nicht mehr mit. Aber da kommen wir nicht rein. Oder doch, wenn wir groß sind. Kann wir theoretisch ein kleines bisschen mit unserem maximalen Pilz Cheaten Weight. Ganz kurzer Safe State. War... Genau deshalb. So was gebe ich euch, mein Pilz. Scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Könnten wir den nicht theoretisch bei Bowser Jr. einsetzen? Ich glaube, ich weiß, wo die letzte und... Ja, ich weiß, wo die dritte Star-Könne ist. Und ach hei, ach hei, ach hei. Okay, hoffentlich kriegen wir von dem Typen hier ein... Cooles Item und... Excuse me. Wir haben zwei... Na, es stirbt. Ja, danke, Dirk Obershell. Ja, ich bin Gott. Also nein, Gott. Nein, wir sind schon wieder voll. Egal, wir sind groß. Wir können das hier aufbrechen. Und hier ist nichts. Das führt zu Verwunderungen meinerseits, muss ich tatsächlich gestehen. Ach herrje, Freunde. Ach herrje. Oh. I see. Na. Stirb. Jetzt gibt mir hier noch die... Nichts. Sad. Jetzt müssen wir den Maxi-Pilz abwarten. Ach herrje, ach herrje, ach herrje. Da ist er ja, der kleine Schwingel. Also wirklich Schwingel. Ach herrje, Junior. Und ich hab's selbst mal begangen. Ha, das war ja effektiv. Oh, zumindest ist der Block bei uns. Was kriegen wir bitte in Koopashell? Bitte in Koopashell. Ich liebe die Koopashell. Okay, wir wissen jetzt. Nein. Warum hab ich den eingesammelt? Hey, ich bin tot. Ach, ne, also... Nachmal bin ich wirklich nicht ganz so die... Die hellste Kerze auf der Torte, ja. Was ist immer. Ärgerlich, würde ich sagen, so. Aber zum Glück befindet sich hier eh kein Starcoin. Sprich, wir brauchen uns all... Nicht allzu große Sorgen... Machen. Um unsere Größe da oben. Der Block. Wir müssen dorthin. Block, bleib stehen. Geht sich das? Oh! Lol. Ich meine, das hätte ich könnte nicht erwartet. Jetzt ist nur noch Bowser Jr. hier. Wir kennen sein Angriffsmister. Nein, er hat... ... die Fälle in den Abgrund gefeuert. Wait, was ist... Ich will was... Nein, spring doch rüber, Marius! Ach, herrje Freundin, Jusse. Ach, herrje Freundin, Jusse. Aber okay, wir wissen, wir können ihn nicht angreifen, wenn er gerade in seiner Animation ist, ja. Sonst ist der Typ... ... mehr am Eskaladen als... Ich brauch einen guten Vergleich, ja, als... Keine Ahnung. Na, Marius, bitte. Danke. Zieh rauf. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Block. Ist er schon weg, oder was? Oh, da kommt er. Wir sind doch scheiße. Wisst ihr was, Freunde? Wir gehen zum alten Haus. Wenn es doch hier schon so wunderschön herumsteht, dann... Warum sollte man es nicht in Benutzung ziehen? Ja, guck mal, Jusse. Ja, ich... Ich bin... Ich bin cool. So, ich will die aber bis zum Boss behalten. Weil theoretisch kann man... Obwohl, nein, das funktioniert da nicht so gut. Da gibt es bessere Stages dafür. Aber ich will sie mal nicht... ... dumm hergeben. Ja, das ist die Cooper Shells der Freude. Genau deshalb will ich sie nicht dumm hergeben. Und wie dumm kann man sich bitte anstellen hier, hä? Weil wir haben ja einen Wanna-Post mal wieder. Ja, ganz recht, würde ich sagen. So, zack drauf. Nein, Marius, was nimmst du? Das Trampolin, Alter. Oh, kleiner. Rauf da. Yes, gut. Da kommt der Block. Hier kommt der Block. Das war ein kleiner Chumpscare, um ehrlich zu sein. Warum sind hier überall so viele Blöcke? Weil das ist eigentlich gar nicht mal so gut. Was? Ich war im Knochen-Trotten und dann ist er aufgehend und ich war dann tot. Das ist gemein. Ich bin viel zu schlecht hierfür. Ach, herrje, Freundinius. So, das hier ist eh keine Challenge. Nein, bleib weg von mir, kleiner Hund. So. Ist auf. Schnell. Okay, ich würde dann aber vorschlagen, dass wir den Block ziemlich halbdings aktivieren. Und zwar exakt hier. Das ist gut. Wenn wir hier so. Knapp, aber okay. Ich bin so nicht gestorben, okay. Gib mir den Kupaschal. Weil ich... Ich will hier nicht verrecken. Bowser, das kannst du dir abschminken. Nimm dies. Und jetzt nimm das. Ach, er ist noch nicht tot? Hält der Junge mehr aus als sonst, oder was? Ach, hey. Damit haben wir die Kupaschal auch schon verloren. Und diese Kupaschal bekommen. Aber... Gegen mich kannst du trotzdem nichts ausrichten. Außer vorhin. Aber darum soll es nicht gehen. Egal. Let's go. Oh, ich sehe auch, diese Welt ist gar nicht mal mehr so lang. Und das finde ich auch hier gerade ziemlich schön. Diese Welt verändert sich hier von düster zu Lava. Oh yeah. Ab in das Level, wo der Block schimmelt. So. Ja, komm. Nein, warum? Das ist Mobbing. Ich will nicht immer Mini-Pilze kriegen. Das ist ja scheiße. Unter-Wasser-Level. Und da. Es hätte eine Feuerblume sein können. Na gut. So wie es das Schicksal will, schätze ich. Ähm. Falls Mario Bros. Irgendwas mit dem Schicksal zu tun hat. Was ich nicht unbedingt schätze. Nein, du hast mich nicht getroffen. Komm, beeilung Marios. Schade. Nun gut, schnell rauf da. Schnell, schnell beeilung Marios. Nimm das Geld noch mit. Also ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, dass wir gerade in Raid 8 hier noch ein, da hätte ein Item sein können. Und ich bin einfach vorbeigeschwommen. Ach herrje, Freunde. Vielleicht. Ist da. Nein. Ich dachte vielleicht, dass da möglicherweise sich eine Star-Krin befinden könnte. Ach herrje, Freunde. Ach herrje. Ich sag zu oft. Ach herrje. Wisst ihr das, Freunde? Ach herrje. Ach herrje. Also jetzt kommt hier dieser, dieser dicke Oshii hier, den wir auch aus Marios 64 kennen, ja. Oh, Stern, 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 kann ich ihn damit? Nein, ich kann ihn nicht töten. Das macht mich gerade traurig, um ehrlich zu sein. Töte nicht meinen Run-Up. Ach herrje. Ach herrje, das gefällt mir gerade gar nicht. Das, das gef... P-Switch. P-Switch, das ist doch scheiße. Ach herrje, Freunde, dieses Level. Dieses Level, Freunde. Es macht mich fertig, diese Welt. So, also jetzt nochmal, jetzt, jetzt schaffen wir es, ja. So, hier mit, mit Höchstgeschwindigkeit entlangt und downsen. Jetzt haben wir den Stern verpasst, gah. Ach herrje, Freunde, Dinge passieren im Leben, die man sich manchmal nicht so wünschen würde. Manchmal aber doch, eher schon. Das muss ich sagen, gefällt mir gar nicht zu sehr. Weg von dir, ich will nichts mit dir zu tun haben. Nein, ich bin gar nicht da. Geh ruhig runter. Geh. Aber was soll ich denn da machen? Da muss ich hier oben sein. Also, come on, das war, das war gerade Scam, da, das, das war gerade Scam. Das ist wirklich Scam, 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 Scam. Ach, hey, ach, hey. Weißt du was? Ich speede hier jetzt einfach durch. Aber wir brauchen die Starcoins. Oh, ich, ich weiß nicht mal, wo die Starcoins sind. Das ist die Scheiße hier. So, wir müssen uns hier auf jeden Fall die Geschwindigkeit mitnehmen, ja. Gib mir irgendwas cooles. Schade. Ach komm, Brudinius, kannst du dich nicht mal verpissen? Was ist das für eine erste? Das ist gut. Hier oben, was ist das da? Starcoin. Und dafür müssen wir groß sein. Juhu. Pilz. Komm zu mir, Pilz. Nein, der Pilz. Heißen. Wir müssen hier einfach durchkommen, ja. War das wahrscheinlich die zweite Starcoin. Gib mir das, was... Ja, gib mir diesen Pilz. Jetzt geht's weiter, Marius. Dafür. Nehme ich gerne den Pilz in Kauf. Und tschüss. Ich will nichts mit dir zu tun haben, Brudinius. Ja, gut, ist egal. Ja, Wasserwelt in Welt 8, ja. Das hätte ich, muss ich sagen, nicht erwartet. Aber ich muss auch sagen, ich finde es gar nicht mal so berauschend, um ehrlich zu sein. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie an die andere Starcoin, dann komm an die zweite an der Stückzahl. Sprich, das Prozedere kennen wir hier schon. Hier, wir dürfen uns auf gar keinen Fall treffen lassen, sagt er. Und spielte sehr riss, 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 riss. Er hatte riss beim Kantspielen. Ja, die Typen da, die können uns gerade eh nichts, ja. Man, ich schaffe diese Münze nichts, ja. Okay, soll uns aber gar nicht mal so übermäßig stören. So, jetzt ganz wichtig, Feuerblume. Jetzt sind wir gleich, wir haben zwei Treffer for free. Zwei freie Treffer. Wir wollen natürlich so wenig wie mögliche verlieren. Und der Stern befindet sich hier. Stern kommt zu deinem Daddy. Komm her. Dann halt nicht. Cash nehmen wir mit. Ja, für Run-Up. Run-Up können wir gerade in unserer Situation gut, gut, gut gebrauchen. So, ich will mich jetzt gerade einfach eher oben halten. Das war kein Treffer, darüber bin ich positiv überrascht. Davon bin ich positiv überrascht. Entschuldigt meine deutschen Fauxpas hier. So, jetzt nimm dir die Starcoin und weg. Marius, Beilung. Du willst nicht gefressen werden. Das wollen wir alle nicht. Das wollen wir alle gefressen werden, Juhu. Ach, Freunde, ich habe schon wieder in Klauung gefrühstückt. Ich war so richtig zum Rentenalter. So. Schnell, Marius, Beilung. Ja, kann man immer den Boost von den Röhren mitnehmen. Nein, Mario, geh bitte rauf. Danke sehr. Boah, das war gerade traurig, dieser Treffer. Das war uns aber nicht allzu sehr störend, denn wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind hier rausgekommen. Oh, dieser Kuba asozial ist. Aber stell dir vor, du bist da klein. Boah, Digga. Aber gut, damit haben wir mit 2 Level auch schon wieder 18 Minuten Folge geführt. Deshalb würde ich sagen, wenn euch das Ganze wirklich gefallen hat, könnt ihr mir gerne mal da ein Like und ein Abo-Bildo. Und dann würde ich sagen, tschüss. MFP. MacMach.